Zunächst möchte ich sagen, dass das eine sehr wichtige Veranstaltung ist im Rahmen des Strukturwandels unseres Landes und dementsprechend sind wir auch hier und erwarten uns da ganz viel Inspiration, Impulse, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung und auch vielleicht Best Practices in den Bereichen Automation. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Netzwerken bei unseren Veranstaltungen und tauschen Sie sich mit anderen Unternehmen und unseren Expertinnen aus. Mir liegt es natürlich sehr am Herzen, einerseits meinen Bereich, aber auch unser Unternehmen weiter in der digitalen Transformation voranzubringen und da hoffe ich mir jetzt heute hier bei den verschiedenen Vorträgen und dem Austausch mit den ExpertInnen einige neue Impulse und vielleicht auch nochmal neue Möglichkeiten voranzukommen. Das Mittelstand Digital Zentrum hat uns in der Gestalt unterstützt, dass sie sich alle Prozesse angesehen haben, Schwachstellen aufgedeckt haben und uns auch Möglichkeiten zur Abhilfe vorgetragen haben und aufbauend auf diesen Vorschlägen haben wir dann die Projekte umgesetzt. Ich bin jetzt einfach bei unseren Veranstaltungen geschaut und ichечно hinbekomme, Ah! Ich bin jetzt Köfer! писate. Komm coeạn spellett하고